Hemmungslos mit Jan und Julia. Julia, kennst du den heiligen Tempel des Mannes? Puh, was für ein Einstieg. Da wir heute über die Prostata reden, denke ich mal. Wir reden so viel über die Vagina, über den G-Punkt bei der Frau und, und, und. Aber der heilige Tempel des Mannes, der kommt mir ein bisschen zu kurz. Woher liegt das? Wobei wir über die Klitoris und so weiter ja auch erst seit kurzem reden. Aber ich glaube, dass über die Prostata nicht geredet wird, liegt vor allem daran, dass die Männer nicht drüber reden, oder? Ja, na klar. Also das ist jetzt genau das, wo in meinem Alter, wo du nur vier vorne dran stehen hast, Testosteron sinkt, da redest du über alles, aber nicht über die Prostata. Dann erzählt man noch die größten Märchen und Lügengeschichten, wie toll es doch funktioniert. Und, 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 also als wäre man Anfang 20 oder noch ein Teenie. Das Gegenteil ist dann auch der Fall. Und eigentlich gehört es untersucht. Und das machen wir nicht. Genau, also Männer gehen ja generell sehr ungern zur Vorsorge. Wir haben in der Apotheke schon einen Artikel da, also 59 Prozent der Frauen gehen zu den Krebsvorsorgeuntersuchungen, die ihnen angeboten werden, aber nur 22 Prozent der Männer. Wie schaut es denn dann aus mit Leserbriefen? Also wenn ihr Männerthemen angeht, weil du kriegst viele Leserbriefe, das weiß ich, aber sind das dann trotzdem Frauen, die sagen, wie kann ich denn meinen Mann dazu bewegen, dass er mal zur Vorsorgeuntersuchung geht? Oder kommen dann auch Männer direkt auf dich, auf euer Team zu? Also die meisten Leserbriefe sind tatsächlich LeserInnenbriefe. Also die Männer selber melden sich dazu nicht. Übrigens gab es eine Umfrage, warum Männer nicht zur Krebsvorsorge gehen. Und also die Mehrheit hat angegeben, es ging um die langen Wartezeiten. Ich glaube es jetzt nicht so, oder? Nee, natürlich. Also die Tatsache, dass du dann, also ich bin gemustert worden noch, also ich war noch beim Zivildienst, das ist jetzt nicht vergnügenssteuerpflichtig. Ja. Nichtsdestotrotz, also es gehört halt einfach dazu, aber wenn du das schon mal gehabt hast und das macht einer im Akkord zum Beispiel beim Kreiswehrersatzamt, zack, 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 wie so eine Nähmaschine, das ist unschön. Das ist ein Gegenteil von schön. Und wenn du dich dann eben so von deiner Öffnung nach außen gibst, das ist was, wo du dich völlig preisgibst, was auch psychologisch in jeder Kultur problematisch ist oder was dann auch schambehaftet ist. Und ich will doch nicht, dass mein Mann da hinten, also es sei denn, ich möchte es auf einem anderen Wege, aber jetzt nicht dann so in der Untersuchung haben, darüber reden und dann noch die Konsequenzen tragen. Ich könnte sie ja auch verdrängen. Ja, ja. Und da sind wir gut. Wobei ich sagen muss, also was, glaubt ihr, Männer, passiert beim Gynäkologen? Ja, ich war erschrocken. Ich präsentiere da nie meine Öffnungen. Der Stuhl ist für was ganz anderes. Ja. Das sieht man dann erst, wenn man dann bei einer Schwangerschaft dann mit dabei ist oder sowas. Oder auch bei einer Geburt. Das ist viel, viel krasser. Und da sind wir Männer viel zu verklemmt. Da sind wir viel zu spießig. Da sind wir viel zu konservativ. Und deswegen sind wir auch ungesünder. Wir leben kürzer, haben weniger Vorsorgeuntersuchungen und man kann es auch ganz pragmatisch angehen. Ich kann ja auch sagen, das Herz korreliert eben auch mit der Liebe. Also wie ist denn die Durchblutung? Also wenn ich Durchblutungsstörungen habe, dann merke ich es zum ersten Mal beim Corpus Carvanosum, also beim Penis, weil da die Gefäße sehr viel feiner sind. Und wenn ich da eine schlechte Durchblutung habe oder eine richtig schlechte Durchblutung habe, dann weiß ich statistisch in vier oder fünf Jahren kommt spätestens hier oben einer und dann wird es kritisch. Das heißt, ich kann ja vorsorglich was machen. Erstens für mein Herz und zweitens so Work-Life-Balance. Also macht ja Sinn. Ja, also bei der Prostata ist es ja tatsächlich so, also man merkt, wenn sich die Prostata verändert, unter anderem am Sexleben. Aber man merkt es auch auf der Toilette. Ja, und es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Die kann wachsen nach außen, aber nicht nur nach außen, auch nach innen. Und dann wird die Harnröhre eben eingeengt, physikalisch einfach. Das ist unangenehm, dann hast du ständig das Gefühl, du musst aufs Klo. Es kommt aber immer nur so tröpfchenweise was. Dann kommt es auch mal zum Harnwegsinfekt. Dann kriegst du ein Antibiotikum, nochmal ein Antibiotikum. Oft gibt es da diese Gerasehemmer wie Ziprofloxacin. Da haben ja Männer besonders Angst vor. Selbst wenn wir noch die beste Literatur aus der Umschau drüber lesen, weil einfach dann die Nebenwirkungen ja hochsterilisiert werden, wie man da so sagt. Aber es ist nicht so, dass eine veränderte Prostata immer Krebs bedeutet. Im Gegenteil, also dass eine Prostata sich quasi im Laufe des Lebens verändert, ist normal und wahrscheinlich fast bei jedem Mann so. Die wächst jetzt nicht linear, aber die wächst ja nicht mit ihren Aufgaben. Die werden eher weniger im Alter. Aber die Prostata wächst und jeder Mann hat irgendwann mal auch oder fast jeder Mann eine vergrößerte Prostata, Probleme mit der Prostata, typische Männerbeschwerden einfach oder eben auch mal einen erhöhten PSA hat, was per se gar nicht schlimm ist. Sofern die Lebensqualität gut ist. Ich jetzt keine Probleme beim Wasserlassen habe, keine Probleme dann im Privatleben oder beim Sex oder eben keinen Krebs habe. Genau, also es gibt ja zwei Formen der Krebsversorge bei der Prostata. Das eine ist dieses Abtasten. Es gibt, glaube ich, auch die Möglichkeit, Ultraschall zu machen. Aber es gibt eben auch diesen PSA-Wert, der höchst umstritten ist, weil es eben eigentlich nichts, das heißt eigentlich, es bringt nichts, ihn einmalig messen zu lassen, sondern man muss ihn, wenn dann, über eine Dauer beobachten, weil nicht nur ein Tumor würde jetzt quasi den PSA-Wert nach oben treiben. Da gibt es unterschiedliche Faktoren. Ja, also ein erhöhter PSA-Wert kann ganz, ganz viele Ursachen haben. Nur eine davon ist Krebs. Wenn ich jetzt zum Beispiel viel masturbiert habe oder viel Sex hatte, Flitterwochen oder die Tour de France gefahren bin oder von Waldirn nach Hamburg mit dem Fahrrad fahre, dann ist der PSA-Wert höher als sonst. Da geht es vor allem um den Trend. Natürlich ist es blöd, wenn ich dann eng gemonitert werde und sehe, der geht hoch und hoch und hoch und hoch. Und ich habe Angst vor einer OP, die dann eventuell unumstößlich ist, dass der Arzt vielleicht schnell wieder auf den Golfplatz will und vielleicht nur einfach grobspurig ausschabt. Das ist natürlich doof. Also ganz viele Patienten sagen zu mir, ich habe keine Lust, meine Prostata oder meine Potenz gegen Inkontinenz auszutauschen. Das ist auch ein schlechter Deal. Ja, es ist ein schlechter Deal. Und es ist tatsächlich so, dass die OP diese Risiken hat. Dazu muss man allerdings zwei Dinge sagen. Zum einen muss nicht jeder Prostatakrebs operiert werden. Also Prostatakrebs wächst sehr langsam. Und es gibt gerade bei, wenn jetzt der Patient schon in einem gewissen Alter ist, entscheiden sich viele Ärzte natürlich in Absprachen mit den Betroffenen, dass man das Tumorwachstum einfach beobachtet. Also es gibt sehr viele Männer, die einfach am Ende mitten im Prostatakrebs sterben, aber nicht an einem Prostatakrebs. Und ein Tipp für alle, die sich dann doch für eine OP entscheiden, man sollte versuchen, in ein Zentrum zu gehen. Also in eine Klinik, wo Chirurginnen und Chirurgen arbeiten, die hier viel Erfahrung haben. Weil je mehr Erfahrung natürlich jemand bei diesem Eingriff hat, desto seltener kommt es dann zu diesen nicht unerwünschten Nebenwirkungen, genau. Ist halt auch blöd. Du weißt, egal wie gut diese OP ist, es wird erstmal ein bisschen was tröpfeln. Du traust dich nicht auf die Straße zum Spazierengehen. Das ist, oder du weißt gar nicht, kann ich mit dem Bus von der einen zur nächsten Haltestelle. Und das ist doof. Du hast auf einmal Einlagen. Und das ist ja schon dein Symbol der Männlichkeit. Das ist ja nicht nur das Symbol der Lust, die Prostatakrebs, sondern auch einfach was, worüber sich viele Männer nicht definieren, aber die sagen, das gehört zu mir dazu. Und wenn ich jetzt keine Kinder mehr erzeugen kann, dann bin ich kein Mann. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ich verstehe das. Und ich verstehe das auch, dass dann die Menschen Angst davor haben. Ja, aber trotzdem sollte man diese Furcht vor dem, was dann bei so einer Vorsorgeuntersuchung eventuell rauskommt, quasi überwinden und hingehen. Und grundsätzlich sollte man sich vielleicht ab und zu mit seiner Prostata befassen, weil ich finde es immer wieder spannend, in meiner Arbeit bei der Apothekenumschau, wie viele Mythen rund um die Prostata noch existieren. Also Vorurteile, die immer weitergegeben werden, dass Radfahren schlecht wäre für die Prostata zum Beispiel. Das ist nicht. Da geht er kurzfristig mal hoch. Also Sex ist schlecht für die Prostata. Blödsinn. Also öffnet die Herzen, herzt die Öffnungen. Das ist wunderbar. Das ist krampflösend. Das ist befreiend. Das werden Endorphine freigesetzt. Einmal Mund und zurück. Macht es auf jeden Fall einvernehmlich und mit Freude. Und ein Mythos ist auch quasi, was du vorher schon gesagt hast, dass eine vergrößerte Prostata immer Krebs bedeutet. Stimmt auch nicht. Wir verlinken euch den Artikel, wo wir die Mythen rund um die Prostata aufklären, würde sagen. Also ich habe oft jetzt in 16 Jahren Apotheke Patienten, die zu mir kommen, sagen, hätte ich doch nur vorher was gemacht, hätte ich auf meine Frau gehört oder mich an den Rat der Apotheken Umschau gehalten und, und, und. Und jetzt ist es zu spät. Jetzt kriege ich die OP. Ich habe wahnsinnig Angst. Ich werde meiner Männlichkeit beraubt. Das ist total suboptimal oder richtig blöd. Ich habe Panik und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich habe keine Lust auf Windeln, Inkontinenz und, und, und. Deswegen mein Appell, lasst euch bitte untersuchen. Ja, springt über euren Schatten. Es tut nicht weh. Das sind zehn Sekunden beim Arzt, wo man ein bisschen Druck ausübt. Oder wenn er eben Ultraschall macht, das dauert dann ungefähr eine Minute. Das ist so, wie wenn du das selber machst. Also nicht der Rede wert. Ja, jetzt haben wir hier einen Brief, liebe Julia. Machst du den auf? Dann mache ich ihn auf. Machst du den auf. Es ist eine Frage aus der Apotheken Umschau-Rubrik Keine Tabus. Und sie lautet, mein Mann und ich haben Eheprobleme. Ich würde gerne eine Paartherapie machen. Wie kann ich ihn von dieser Idee überzeugen? Das wird schwierig. Das wird eine Herausforderung. Glaube ich auch. Das klingt schon relativ spät. Hätte man da nicht vielleicht vorher mal reden sollen miteinander? Gemeinsam vielleicht auch schon zu Beginn der Beziehung, dass man Sachen offen anspricht, dass man sich zuhört, dass man sich nicht voneinander entfernt. Es gibt ja verschiedene Stadien einer Ehe, dann vormit oder nachkind, wenn die dann die Kinder das Haus verlassen. Weiß ich jetzt ja nicht, wie alt die Leserin ist, aber sie ist besorgt. Sie ist so besorgt, dass es sogar in der Umschau öffentlich fragt. Und da wäre ich jetzt als ohne Namen natürlich, nichtsdestotrotz. Wahrscheinlich liegt die Umschau ja da auf dem Wohnzimmertisch. Und wenn er das durchblättert und es sieht, kann man vielleicht eins und eins zusammenzählen. Und wenn ich das jetzt über mich jetzt lesen würde, so unwissend, dann fände ich es jetzt nicht so prickelnd. Und wenn ich es jetzt nicht so prickelnd wäre, hätte ich mir vorher schon bessere Überzeugungskünste gewünscht oder von meiner Seite viel mehr Empathie. Das ist ja das, was uns Männern fehlt. Wir hören nicht zu. Das ist der Satz, den ich jeden Tag höre. Und das stimmt ja auch. Also ich glaube tatsächlich, dass eine Paartherapie wahrscheinlich keinen Sinn macht, wenn einer keinen Bock drauf hat. Ganz ehrlich. Wie wahrscheinlich jede Verhaltenspsycho-Paartherapie für wenig Sinn macht, wenn der oder die Betroffene dazu eigentlich nicht bereit ist. Deswegen, ich weiß nicht, ob über Reden so eine gute Idee ist. Du kennst ja, dass du bist auf irgendein Silvester irgendwo eingeladen oder auf eine Hochzeit oder eine Party und hast überhaupt keinen Bock. Und das ist ja um Faktor 10 oder Faktor 100 intensiver, weil da geht es ja wirklich um den liebsten oder den intensivsten Menschen in deinem Leben. Das ist schon großer Tobak. Aber grundsätzlich trotzdem bewundernswert, also wenn man sagt, okay, wir versuchen jetzt wirklich auch noch das, um unsere Ehe zu retten. Aber wie gesagt, wenn einer nicht will. Wenn beide wollen, so schnell kannst du gar nicht gucken. Deswegen bleibt uns treu hier bei Hemmungslos im Videopodcast-Format von der Apotheken-Umschau mit Julia. Und Jan. Schenkt uns ein Abo, schenkt uns ein Like, ballert ein paar Kommentare rein und wir sehen uns in der nächsten Folge. Love, Peace, Bye.